ja und er jeder jeder streift soll soll jeder ist das jeder jeder streifen leder ich brauche zwei ziegen jeder streifen habe ich elf stück das pass mal auf das habe ich nämlich schon mal falsch gemacht werkmann was kann ich hier machen benutze werkwinkung rüstung zu verbessern für alle verbesserungen werden wir trainieren die höhle verbesserung hängt von der schmiedekunst und von deinen talenten eisenschliefel okay pass auf stiefel und helm oder helm ich versuche mir jetzt mal wir suchen jemanden in weiß lauf und bezahlen gutes geld für informationen wen sucht ihr eine frau eine fremde in diesem land rotwardone wie wir sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten namen wir bezahlen für jegliche informationen über ihren aufenthaltsort wir sind hier in weiß lauf nicht willkommen ihr findet und den ruhig start wenn ihr etwas erfahren solltet warum sucht ihr die das geht euch nichts an ihr müsst nur wissen dass wir für informationen bezahlen wenn ihr nicht interessiert seid könnt ihr was macht der schleif stein verbessert das auch noch mal oder krieg mache ich zwei schaden mehr direkt ich weiß nicht was ich für stahl waren pelzhelm Rüstung 11 Eisen Rüstung 7 äh 17 Gewicht 5 17 und 5 ich weiß gar nicht äh wie ist das schlag schlagene Rüstung 25 jeder Schmuck und die Rudi was es hier alles gibt, ne? Schmuck Baumaterial Eisenwisch-Nägel Nägel und Scharniere ein Schloss krass, was ich hier alles machen kann Sonstige Muschelkäferhelm was ist das denn? ach, ich glaube ich weiß, was das macht und die, die das Spiel kennen, wissen es auch Moment, ich muss jetzt erstmal gucken was ich überhaupt für Rüstungsgedöns schon habe einen Moment so Bekleidung also, ich habe einen Brustpanzer, der ist gut Stiefel und einen Helm mehr habe ich nicht Stiefel und einen Helm Der Helm macht 12 12 bei einem Gewicht von 2 Pass auf 12 bei einem Gewicht von 2 Pelzhelm der ist zu wenig Eisen Helm Aha Holy Crap So Eiszoll Stiefel habe ich Nee, Stiefel habe ich nicht Guck mal, Eisenrüstung Ja Leder Ich hätte gerne Lederrüstung aber die ist zu bekloppt 12 bei einem Gewicht von 2 Wieso? Die Lederrüstung ist schon, äh Hier Hier Jeder Verschlag Verschlagene Rüsse Mache ich mir einfach Eisen Eisen Eisenpatzanschuhe 11 Was ist das? Ja Was ist denn jetzt noch ganz wertvoll? 100 Schild Oh Grum 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 75 Helz Baumaterial Günstiges Nee Leder Hier Lederrüstung, Alter Die kann man gut verkaufen, ne? Oh Was brauche ich noch? Leder selber So, ich brauche noch Leder Okay Pass auf Äh Werkpack Was? Das kann ich hier jetzt machen Rüstungsschmied So, jetzt kann ich hier Sachen verbessern Cool Okay, pass auf Ich habe jetzt den Helm, ne? 12 Eisenwaffen Eisenpatz Genau Den verbessere ich Ich Die Handschuhe Na 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 Dann steigert sich der Preis um Noch was Egal Fünf? Ne Okay, ich gucke die ganze Zeit Okay Jetzt passt mal auf Bekleidung Und zwar Hab ich den Film Oh, den Schild hab ich ja schon Beschlagene Den Helm rüsten wir aus Das Ding können wir Aha, warte Die Handschuhe Okay, ich kann entweder das oder das Beschlagene Rüstung Wie sieht denn das aus? Ach so, so sieht das aus Ich hab irgendwie komischen Charakter, ne? Der sieht gar nicht so mächtig aus, ey Was kaufen kann man mir das noch immer? Guck mal, so muss man das gucken hier Beschlagene Rüstung? Ah, die sieht auch geil aus Aber ich hab die hier Okay Lederrüstung Ah, die Leder braucht gut aus Okay Weißlauf, Wachenhelm, ne Lederrüstung und beschlagene Rüstung Muss ich alles verkaufen Sonst ist es schlecht Pass auf Beschlagene Rüstung Eisenwaren Wie wertvoll ist denn ein Eisenwaren? Eisenwaren, ne Falscher Knopf, Entschuldigung Eisenwaren Untersonstiges Eisenwaren Heißbarn Sieben Sieben Sieben, sieben, sieben Sieben Das heißt 75 Oh, das macht mehr als sieben Also Äh, rüsten wir das Ding aus Und das auch Und das einfach auch Gott Da krieg ich wenigstens was auf Schmiedekunst Ist auch schön So, jetzt haben wir hier noch dieses Verbessern Schleipfen Schleipfen, schleipfen Okay, da hab ich nichts mehr Was brauche ich denn für Stahlwaren? Äh Komm her Komm her, komm her, komm her Und zwar Eisen hatte ich Stahlwaren Goro Doomerz und Eisenwarez Goro Doomerz Kann ich das denn? Was läuft der denn weg? Ja, das läufst du Was läufst du so? Lydia, Lydia, bist du das? Lydia, was läufst du? Kann ich da noch rein? Ne, will ich nicht Will ich doch nicht Ah, okay Warten wir einfach mal Tue das 10 Uhr 10 11 12 13 14 15 16 18 18 10 PM Okay, wenn ich jetzt 10 Stunden warte Ist 10 AM Theoretisch 4 5 6 8 Ist 8, uomens Habt ihr was zu sagen? Moong Komm ich da jetzt rein? Ja Gut Dann kann ich an die Digit-Sachen verkaufen das ist ja ein Typ guten Tag Mr. Willkommen in der Kriegsjungfer lasst euch nicht vom Namen abschrecken wir haben auch für kämpfende Männer genügend Stahl wir haben kleine und große Waffen Streitkolben, Dolche alles auf Lager wer hat denn Weißlauf das gesagt Jarl Balgruf, der Ältere ein durchaus ehrenwerter Mann hat mir oder meinen Verwandten nie etwas Unrechtes getan für ihn ist es gerade bestimmt eine schwierige Zeit mit all den Kämpfen und Drachen aber Balgruf ist ein zäher alter Nord er kommt damit zurecht wer schmiedet eure Waffen und Rüstung Jarl Balgruf, der Ältere ein durchaus ehrenwerter Mann nein, nein du sollst mir das sagen Adrien, draußen in ihrer Schmiede der Laden ist nach ihr benannt Kriegsjungfer den Spitznamen hat ihr Vater ihr als Kind gegeben weil sie damals schon mit Schwertern gespielt hat aber unsere Waren sind gut und die Preise gerecht das zählt ach so recht, was habt ihr denn zu verkaufen, mein Freund? werft einen Blick darauf zeig mal her Waffen Waffen, ey wow wow kann ich mir selber bauen der Bindung Eisen 2 in der Bogen oh mein Gott oder Orkische Kriegsachs für Orks Ork Pfeile Spitzhacke Stahl durch Strahl Stahl Kriegsachs okay okay das ist eine Streitachse das ist Zweihänder 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 Verkleidung Gibt's nix eigentlich Eisenhelm hab ich mir selber guck mal pass mal auf und zwar Pfeile kosten nix Gewicht wenn ich ne Kiste hätte wo ich mal eine Spitzhacke hinpacken könnte dann würde ich da die Spitzhacke hinpacken damit ich hier damit ich die nicht immer rumtragen muss also pass mal auf das hier würde ich dir gern verkaufen mein Freund genauso wie das hier Alter ich krieg gar nicht so viel guck mal was ist denn das für ein Wert der war doch viel höher man 7,50 und 16 lass mir's auch mir sagen da stand ein ganz anderer Wert wieso gibst du mir so wenig lass mich in Ruhe es ist schön mit euch ach die Fresse ich werd dich eines Tages umbringen es kann doch nicht sein wenn es denn so wenig gibt das ist unglaublich okay was gibt's hier noch wenn ihr den Weißlauf Ärger macht werde ich euch persönlich in den Kerker vertreten ah ich bin ein hoch angesehener Mensch hier raus von oder bei einem schwachen okay 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 dann geht's denn lang so oh guck mal da ist was oh egal also wir müssen jetzt hier irgendwie raus da bist du ja Lydia Lydia was geht da pass mal auf aktueller Standort Weißlauf Stelle von Weißlauf Hof der Kampfgeborene nee 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 abbrechen nee so ja ja egal hoch rot also da muss ich hin rechts rum sprich mit den Graubärten genau da muss ich hin ich muss hier einmal rum ach du mal oh guck mal so geht das auch ist da geschlossen die Wächtersteine Helgen Lager stehlen da irgendwas tja da hinten muss ich auch irgendwo hin alter das ist ja im tiefsten Norden irgendwo soll ich da ninko okay nee das nee auch nicht also ich muss ich muss da irgendwie um den Werk rum den Fluss folgen am besten komm ich da irgendwie vielleicht hin nee warte wie komme ich denn da eben muss ich ja einmal ganz rum hier einmal ganz rum komm komm ist da ist das denn eine Wüste ich muss das denn eine Wüste ey ja mal gucken wie ich da hinkomme ne jetzt machen wir uns auf den Weg nein das machen wir beim nächsten Mal Leute hier so schönes Bild ne äh beim nächsten Mal machen wir uns auf den Weg zu den glorreichen äh Graubärten äh gucken wir mal äh was was die so was die uns so bieten können falls wir da hinkommen ich glaub nicht dass wir da so schnell hinkommen wer geht da ich bringe dich um ich bringe dich um wäre vielleicht genau das Richtige für euch Schnetzelin guck mal da habe ich Angst haha Schisser vielleicht sollte ich mir noch ein paar Zauber Zauberreis holen das könnte ich Ärger oder so Probleme hast du ein Problem also Leute tschüss und bis zum nächsten Mal